Ähm, Leute, was ist mit mir passiert? Schaut euch mal an! Leute, guckt mal, ich will jetzt diesen Holzblock abbauen, aber es geht kaum, Leute, seht ihr das? Ich bin viel zu dünn und viel zu schwach geworden, wie kann das sein? Oh nein, Leute, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich glaube, Ente kennt sich da ganz gut aus, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell zunehmen. Davon ist er auch schon. Oh hau, was macht deine Ente? Was geht, Kumpel? Was geht, Bro? Was machst du so? Was hast du an einer Hand, Ente? Hä, das ist ein Handel, sieht man jetzt nicht? Ich triniert mal. Ja, doch, kennt man, wo gehst du hin? Hast du irgendwas für heute? Ja, ich gehe in mein Fitnessclub und trainiere. Wie, ins Fitnessstudio? Ente, ich will mitkommen, schau mich immer an. Äh, Alter, aber ich kann mich doch damit ja nicht sehen lassen. Doch, Ganze, Alter, keine Sorge, wir tun so, als wären wir keine Freunde, okay? Äh, Alter, ich weiß nicht, dann komm einfach mit. Ente, komm schon, bitte in Ruhe sich reinlassen, ich bin doch ein besserer Kumpel. Ja, ob du reinkommst, ich weiß es nicht, das ist nicht meine Aufgabe, aber komm mit. Wie, das ist nicht deine Aufgabe? Ja, in den Fitnessclub kommt nicht jeder. Da vorne ist auch schon, endlich, ich will trainieren gehen, let's go. Und ich werde heute der breiteste Spieler ever. Stopp, 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 also bevor ich diesen krassen Fitnessclub hier betreten darf, musst du dich erstmal beweisen. Wie, kann ich vorhin nicht rein, oder was? Nein, du musst dich vorbeweisen, das hat jeder hier getan, ich auch. Um dem Club einzutreten, muss ich also irgendwas schaffen, oder was? Genau. Hä, was denn? Äh, du musst die besten Muskelmänner aus meinem Gym besiegen. Nein, die stärksten Leute muss ich besiegen. Oh, oh, vom ganzen Club, Leute, ich glaube, das wird richtig schwer. Nein, guck mich doch an, Enze, ich bin doch gar nicht trainiert und gar nicht vorbereitet. Ja, das ist ja nicht meine Schuld, einfach, da komm schon an dich rein. Äh, okay, doch, Enze, ich mach mit, ich mach damit, okay? Okay. Okay, Enze, ich bin bereit, wo ist dein Club? Ich werd ihn fertig machen. Ich hab ihn eingegufen, warte, der bürstet die Straße, oder komm, da vorne ist der. Ist das der da vorne? Ja, aber pass auf, der kann mega gute Kopfünste. Oh, oh, da seh ich ihm, ah, oh nein, der kommt schon zu mir, der will schon kämpfen, oder was? Oh nein, ich bin doch gar nicht mehr rein, Leute. Oh, oh, mal gucken, Enze, der trifft richtig schnell, Enze, wie macht der das? Der ist krass. Oha, der kann richtig schnell hinten, Michael, das geht doch gar nicht, hä? Oh, oh, Leute, wie besiege ich den jetzt? Leute, ich glaube, der meint das ernst, ich werd den niemals besiegen. Oh nein, das ist viel zu stark für mich. Und du hast sogar den schwarzen Gürtel, seh ich gerade, der ist so richtig krass, den kriegt nicht jeder. Oh, was? Ich hab ihn besiegt. Hey, warte, warte, das war nur Glück, das war nur Glück. Komm, Leute, lass mich jetzt ins Fütischstudio, ich will rein. Nein, du musst doch berg, ich darf den Zwingelfer. Wie, noch mehr, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Warte mal, irgendwie merke ich was, warte mal. Irgendwie fühlt sich laufen hier anders an, Leute. Warte mal, ich glaube, ich bin ein bisschen breiter geworden, Leute, es hat funktioniert. Oder nein, du kannst den nächsten hohen, ich bin breit. Okay, du bist bereit, also? Ja, bin ich. Du glaubst, der. Dann zähle ich meinen neuen Freund, und zwar dem hier. Ich werd den besiegen, wo ist der? Oh, sie ist nicht zu verstecken. Oh, 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 da vorne ist der. Der sieht aber wieder viel schleck aus. Oh, der wird schon kämpfen, oder was? Oh, ich bin bereit, ich bin bereit, komm her. Oh, der macht viel mehr in Schaden, ich muss aufpassen. Was? Ich wollte viel zu viel, nein. Aber Leute, ich werd das packen. Ich glaube, ich kann das schaffen gegen den, der trifft gar nicht so gut. Oh, oh, ich hab schon drei ersten Räger. Ja, Schäfer, wenn es dir danach schlecht geht. Genau. Dann kann er das Krankenhaus gehen. Aber ich werd das Fitnessstudio reinschaffen. Oh, jetzt wird richtig knapp. Leute, komm schon, wir müssen die Chance haben. Hey, was glaubst du das so gut machen? Oh, ich riff ihn grad viel besser als er mich. Es kommt wirklich grad nur auf die Microskills an. Und ich hab ihn besiegt, Alter. Was, Mann, wie könnte das sein? Du cheatest, oder? Warte mal, was passiert schon wieder? Guck mal, mein Arm, ich bin wieder breiter geworden. Es funktioniert, ich bin immer stärker. Das kann nicht sein, Mann, du mein nächstes Kämpfer. Warte, ich ruf ihn an. Warte, komm ich in den Club hier rein. Nice, Mann, Leute. Jetzt reicht's mir langsam, Alter. Du wirst es nicht schaffen. Hä, der kommt jetzt? Kommt ein Stärkerer, oder was? Natürlich, der wird dich fertig machen. Oh, oh, willst du nicht? Okay, Leute, ich muss schon irgendwas machen. Ich muss hier noch schnell trainieren gehen, oder so. Meine Leute hat gesagt, er ist ganz stark. So, Leute, ich hau die Sandburg kaputt. Und zack, Leute, ich hab's geschafft. Oh, habt ihr gesehen, wie stark ich bin? Das kann nicht jeder, Leute. So, dann mach ich hier noch Übungen. So, hier rüber springen, da. Das sollte funktionieren, Leute. Jetzt von hier nach da. Weiter, weiter. Hier schaukeln auch noch. Obwohl schaukeln können, bringt auch mich nix. Dann hier noch ein bisschen üben, Leute. Gegen den Stab, auch meine Arme. Das tut so weh. Aber egal, ich hab eh Steinhände. Das ist kein Problem, glaube ich. Und hat sich irgendwas geändert? Oh, Leute, ich hab Stärke 2 bekommen. Ich glaube, ich bin grad ein bisschen aufgeladener, Leute. Das ist richtig gut. Dann werde ich den nächsten besiegen. Hält, ich bin bereit. Oh, Alter, du bist ja da. Ich hab gedacht, du wärst gegangen, weil du dir die Hose gemacht hast. Nein, Mann. Hör, Alter, was ist das denn? Warum kommt der schon zu mir? Oha. Der ist, glaube ich, ein richtiger Boxer. Ja, das ist mein Liebster Kämpfen. Der wird dich fertig machen. Komm her. Der ist so Boxeranschuh. Ich trau mich nicht, Alter. Oha, der zieht mir zwei Herzen pro Schlag. Das kann doch nicht wahr sein, Hände. Ich werde ihn niemals besiegen. Oh, 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 oh. Leute, er trifft richtig gut. Ich versuche, ihn auch gut zu treffen. Ich bin eigentlich auch ganz stark. Oh, ich hab ihn schon. Was? Wie konntest du meinen besten Boxer besiegen? Ich weiß, ich hab irgendwie Stärke 2 bekommen. Ich werd immer stärker. Das kann nicht sein. Jetzt warte ich. Hol doch einen und der wird dich fertig machen. Wie weit? Ich bin viel zu stark. So, Leute, ich muss jetzt noch schnell irgendwas heben oder so. Ich muss noch stärker werden. Ich würde sagen, ich liebe einfach die Sitzbänke. Nimm die in beide Hände. Und jetzt übe ich erstmal. Let's go, Leute. Ich muss ein bisschen stärker werden. Ich brauch mein Mucki, sonst werde ich das verlieren. Komm schon. Hä? Leute, ich glaube, es hat funktioniert. Schaut mich an. Nice, Mann. Bin schon wieder ein bisschen weiter geworden. Oha, schaut euch meine Arme jetzt an, Leute. Wie krass ist der denn? Jetzt mach ich den Baublocker kaputt und es funktioniert, Leute. Zack. Ähm, so, die Bänke muss ich doch schnell wieder hinstellen. Weil die gehören ja nicht mir. So, und hier waren die, glaube ich. Aber wo ist der jetzt? Ich bin bereit. Alter, wo ist dein Kumpel? Schau mal nach dahin. Da ist der. Wo soll ich hingucken? Äh, Mensch, äh? Ich glaube, der sieht ein bisschen stark aus, oder? Der hat ein bisschen zu viel Muskel, Alter. Leute, ich glaube, das werde ich niemals packen, oder? Mach ihn fertig. Mach einfach fertig. Let's go. Nein, nein, nein. Oha, wie schnell ist der denn? Siehst du den? Der läuft ja viel zu schnell. Der ist komplett trainiert. Oh, Leute. Ich werde niemanden die Chance haben. Der macht mir viel zu viel Schaden. Nein. Der macht mich fertig. Einfach fertig. Oha. Oha, Leute. Ich muss schnell den Wald laufen oder so. Das ist zu schnell für mich. Oh, mit den Bäumen kann ich immer Tricks machen, Leute. Hier bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs. Und so werde ich den bekommen. Komm her, Mann. Oha, Leute. Schaut euch das an. Jetzt nur nicht darüber gehen. Und Leute, das ist meine Chance. Let's go. Ich kann ihn, glaube ich, holen. Zack. Und ich habe ihn eigentlich besiegt. Ente, hast du es gesehen? Hä? Wie hast du das geschafft? Äh, geht dich gar nichts an? Hä? Sag mir. Du hast dich gezittet oder so. Nein, ich will jetzt. Ich will jetzt schon wieder rein. Let's go. Aber warte einfach. Was denn? Komm, wir gehen endlich trainieren. Oha, musst du doch mich besiegen. Wie, ich muss dich besiegen oder was? Nein. Ente. Ja. Das wird, glaube ich, viel zu schwer. Was hast du da für einen Trank? Ente, was machst du? Ja, Mann. Was geht? Hä? Ente, was ist mit dir passiert? Ich bin super stark jetzt. Oh, oh. Das werde ich auch niemals schaffen, Leute. Schrauben mich an. Nein. Komm her, Alpha. Ich besiege dich. Ich werde dich besiegen. Komm her, Mann. Ja, ich habe Angst, Leute. Schnell hoch hier. Du wirst dich niemals kriegen. Komm her. Ente. Und zack. Au. Hä? Oha, du ziehst mir richtig wieder her. Ich muss ja richtig aufpassen. Ente. Komm her, Alpha. Was bist du denn? Oha. Wie bist du so stark? Wie kann das sein, Ente? Du wirst dich niemals bekommen. Zack, zack. Oh, oh. Jetzt wird es richtig knapp. Wer wird besser treffen, Ente? Komm her. Wie lehrt hast du doch. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, oh. Oha, ich rief voll gut. Oh, yeah. Ich habe dich bekommen. Ich darf hier endlich reingehen. Danke, Ente. Ja, darfst du. Oha. Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr reingehen. Ich bin schon viel zu stark. Schau mich an. Ja, das stimmt. Ähm, obwohl meine Beine könnte ich eigentlich auch mal schnell trainieren gehen. Ähm, wo kann ich das am besten machen, Ente? Kannst du mir irgendwas empfehlen? Äh, hier auf den Matten. Nicht. Ja, ich komme runter. Schnell. Ich muss hier ein bisschen üben. Schnell. Ich mache größere Beine. Ente. Let's go. Du bist auch Fitness-Trainer. Bitte helfen mir. Was kann ich dort tun? Hier kann ich vielleicht irgendwas machen. Äh. Oh, Mann. Ich habe Max von dir. Ich würde auch krass machen. Ja, Leute. Wir werden das jetzt schon hinkriegen. Lass. Danke. Lass. Damo da, wenn ich das dir gefallen habe. Schau bei hinten vorbei. Oder brüste, Chemie. Dies. Tschau.